ja moin leute wir sind hier immer noch ein lager muss ja vorhin mal ein gerücht angehört in der letzten folge noch und weiter geht es vorerst einmal mit der hauptquest und zwar hauptquest das meer aus sand weil ich arbeite natürlich immer noch an meiner maske deswegen können wir nicht so tief tauchen macht zeit mitunter etwas schwierig aber das ist jetzt erst mal erst so was wir machen das meer aus sand aktiviert und dann müssen wir auch weit reisen in unbekanntes territorium vielleicht können wir hier von rücken wieder zu bewegen uns zu begleiten oder äh so wir benutzen jetzt wieder ein nicht blind ich dachte schon ihr habt keine steine ich sehe so langsam So, jetzt geht's schneller. Ich muss dir erstmal warm werden mit uns. Und zwar. Egal, was uns jetzt begegnet. Wir versuchen da schnell durch. Was ist denn das, ey? Ich versuche mal irgendwie... Irgendwie Slalom zu... ...zu reiten, damit wir da gut durchkommen. Und da sind nämlich schon Riesenviecher, auch diese mit diesen Kanistern oder so, die explodieren. Ich muss mir ja so einiges noch ansehen auf der Karte, natürlich. Da, stopp! Den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Wegen Schnellreise halt, ne? Ja. 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 meter noch stopp du bleibst jetzt hier ok und das heißt jetzt was sie gesagt hat irgendwie den eingang durch irgendeine raute finden da oben haben wir übrigens eine blume aber können wir jetzt eigentlich auch benutzen noch nicht also ich hier kommen wir immer noch nicht weiter haben wir lager ok ein tierchen haben wir da irgendwo muss dann herunter gehen was heißt ja nicht umsonst irgendwie mehr aus sand wie groß das area das areal ist groß um zu durchsuchen verdammt groß aber schauen wir uns mal das gebäude an weil das doch eigentlich so als ob da was sein könnte ne große gebäude sind eigentlich immer ein verdammt guter anhaltspunkt ne und jetzt nur irgendwie raus wieder die maschine hält fast munition gut aus Hier finden wir erstmal nichts. Wir müssen ja irgendwie nach unten. Das Gebäude war jetzt mal ein Fehlschlag. So, hier haben wir noch einen großen mit dem Turm. Oh, warte mal. Neue Quest. Also Rebellen aus dem Boston. Mal klar. Aber Sammelobjekt. Guck mal, Überwachungsdrohne. Die Stillsande. Das lassen wir jetzt aber auch nochmal sein. Machen wir alles noch. Aber jetzt muss ich ja irgendwie erst unter die Erde. Aus dem Gebäude fließt Wasser. Ist das Poseidons Werk? Ich schaue mir das an. Wir könnten also richtige Gebäude gefunden haben. Ja, guck mal. Da sind sogar Leute. Wir haben natürlich ein Lagerfeuer, was wir erstmal aktivieren. Knickknack-Truhe auf. Bolzenschießer sind mächtige Waffen, die schnell Salven vom Geschossen abfeuern können. Halt in der Zweige drückt, um die Waffe für einen konzentrierten, akkuraten Schuss auch zu laden. Bolzenschießer müssen manuell nachgeladen werden. Grund seiner Größe sind einige Ausweichmanöver langsamer. Verständlich, wa? Ausrüstung. Sieht aus, als wäre da was hinter der Zahnung. Ausrüstung. 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 Oh, ich hatte sie fast. Ich war so nah dran. Am Ertrinken vielleicht? Nicht an den Glimmern. Morland, es ist vorbei. Nein, nicht für mich. Dann wirst du sterben. Allein. Denn wir bleiben nicht hier, um die Leiche herauszufischen. Wir sind fertig. So stand das Schicksal des Visionärs auf Messers Schneide. Würde er das Leben wählen oder dem tödlichen Wahn unterliegen? Hallo? Also, eine alte Stadt unterm Sand, aber überflutet. Plötzlich taucht eine Nora Schmärjungfer auf. Ja, schon gut. Also, ihr seid schon mal keine normalen Stöberer. So viel steht fest. Was ist das? Ich nenne es Tauchblase. Das ist Modell 1. Modell 2 war besser, ist aber stecken geblieben. Der Luftkanal blieb hängen. Du bist getaucht. Damit. Ja, ein Laie versteht wohl kaum was. Das ist ziemlich schlau. Tut mir leid. Nur zur Erinnerung. Du warst eingeklemmt und wärst fast ertrunken. Es müsste natürlich tragbar sein. Ein Maschinenknie vielleicht? Man braucht einen Filter. Eine synthetische Membran reicht. Mit einem Schlauch zu einer Druckluftkapsel. Hammer und Hammer. Was ist das? Was passiert hier gerade? Komm hier rüber. Sie ist eine Fremde. Wie heißt du? Aloy. Morland. Sie ist keine Fremde mehr. Verdammter Idiot. Na los. Ich hab noch die Originalskizzen hier. Oh. Ähm. Warte. Vorher hab ich ein paar Fragen. In Ordnung. Partner. Partner? Ignore es. Was da unten ist so wichtig, dass du dein Leben riskierst? Also. Morland, Beute interessiert mich nicht. Okay? Was du da unten findest, gehört dir. Na gut. Was, wenn ich dir sage, dass wir nach den spektakulärsten Schätzen tauchen, die es jemals gab? Ich würde sagen, raus damit. Du bist direkt. Gefällt mir. Sieh her. Ein Glimmer. Sieht eher wie Schrott aus. Ja, jetzt schon. Aber, 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 mit dem richtigen Funk malen diese herrlichen Erzeugnisse der alten, faszinierende Bilder in die Luft. Und die Ruinen unten sind voll davon. Ein unbeschreiblicher Augenschmaus. Genau wie Opa es versprochen hat. Wie hat dein Großvater diese Glimmer entdeckt? Er war hier, vor etwa 40 Jahren. Er führte als einer der ersten Stöberer nach Westen. Er entdeckte die alte Stadt um uns herum und drang tief in dieses Gebäude vor. Er fand die Höhle darunter voller strahlender Glimmer. Brachte so viele nach Hause, wie er tragen konnte. Er wollte immer hierher zurück und mehr holen, aber er hatte nie genug Scherben dafür. Eigentlich wollte er mit den Glimmern eine Vorstellung geben. Eine, wie sie die Welt noch nie sah. Klingt sehr beeindruckend. Ein echter Stöberer und Künstler. Er fehlt mir. Aber ich werde ihn stolz machen. Ich hole die Glimmer und veranstalte ein Spektakel, das ihn umgehauen hätte. Mit deiner Hilfe, natürlich. Und diese Glimmer projizieren Bilder? Gemälde aus Licht. Ganz unglaublich. Dieser hier zeigte mir die schönste Frau, die ich je sah. Sie lud alle zu einem Buffet mit Hummer und köstlichem Fleisch. Ich habe es als Kind hunderte Male in der Werkstatt meines Opas angesehen. Was ist damit passiert? Mit der Zeit erlöschen sie. Ich weinte, als es bei diesem passierte. Aber unten gibt es viele mehr. Wenn du dort bist, wirst du es sehen. So wie ich und mein Opa vor mir. Was genau ist da unten passiert? Eine unvergleichliche Stöberaktion. Eine Chance, in Opas Fußstapfen zu treten. Unter diesem Gebäude liegt ein hoher Raum. Eine Kuppel. Komplett vor Sand geschützt. Wir bauten diesen Aufzug für einen leichten Zugang. Ziemlich komplexes Ding. War gar nicht so leicht zu... Ja, nochmal. Was ist passiert? Ganz unten sahen wir die Schätze, die mein Opa zuerst entdeckt hatte. Alle Arten gemalter Bilder in der Luft. Tanzende Frauen. Spiele und Münzen und Verheißungen auf Jackpots. Was, was auch immer das ist, ist bestimmt was Gutes. Aber dann lief etwas schief. Alle Bilder wurden lautisch. Wellen durchzogen, sie sogar Fische. Wie ein seltsamer Unterwassertraum. Poseidons Traum. Ja. Tja. Plötzlich war ein fürchterliches Rauschen zu hören und dann... ...explodierte das Wasser aus dem Boden. Das Wasser schoss einfach aus dem Boden und flutete alles? Eine tosende Flut. Einfach unglaublich. Wir rannten zum Aufzug und waren gerade oben, als die Welle unter uns zusammenschlug. Ich wollte nicht aufgeben und baute die Tauchblasen. Modell 1 und 2. Bin mit beiden getaucht und jedes Mal beinahe ertrunken. Aber dann ist außer sich. Hält mich für verrückt. Aber ich kann nicht aufgeben. Nicht jetzt. Die Glimmer sind in greifbarer Nähe. Vielleicht kann ich helfen. Ja. Vielleicht. Ihr kommt mir nicht wie normale Stöberer vor. Wir sind gar keine Stöberer. Wir sind Künstler. Wie Darsteller? Eine Nora. Kennt sich mit Kunst natürlich nicht aus. Wir veranstalten Spektakel überall im Anrecht. Stemur erzählt Geschichten. Und ich ergänze ihn mit Geräuschen und Feuerwerk. Und Evidence, tja. Meckert? Kümmert sich ums Geschäft, was aufs selbe hinausläuft. Beim Stöbern suchen wir Sachen für meine Theaterkunst. Genau deshalb ist diese Aktion die Allerwichtigste. Wie tief ist es? Kann ich runterschwimmen? Wenn du Kiemen hast. Man könnte 50 Fässer im Schacht stapeln. Für Oseram sind Fässer die passende Maßeinheit. Es ist die Tiefe von Wasser, also passt es. Wie dem auch sei, es ist zu tief zum Luftanhalten. Daher unsere Erfindung. Dann hole ich mal diese Teile. Im Modell 2 befindet sich eine intakte Druckluftkapsel. Aber wie gesagt, es steckt im Schacht fest. Wenn du von dort lebend hochkommen konntest, kann ich runterschwimmen. Für die anderen Teile könnte sich eine Herde eignen, die Stemur südlich von hier gesichtet hat. In Ordnung. Gut. Komm zurück, wenn du alles hast. Gute Jagd. Jo, okay. Kann ich mal mit wem quatschen? Okay, von ihm bekomme ich Jagdzubehör. Von der Werkbank. Sogar was ist dahinter hier? Ich dachte, wir würden diesen Ort endlich hinter uns lassen. Tja, zum Glück ist Aloy aufgetaucht. Abwarten. Je länger sie in der Wüste verwalten, desto mürrischer wurde der Scherbenzähler. Okay. 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 Ich bin mit Morlens Beerdigung durch, dank dir. Ich war so nah dran. Wir wollten weg. Weg von all diesem Unsinn. Und dann kommst du mit deinem, mit deinem verrückten Vorschlag. Es wird funktionieren. Kommt mir bekannt vor. Wieso arbeitet jemand wie du überhaupt für jemanden wie Morland? Ich arbeite mit Morland. Wir sind drei gleichberechtigte Partner. Hab eine seiner ersten Shows gesehen. Nur mit ihm und seinen Erfindungen. Viel Feuer, Licht und Schatten. Lauter Spielereien. Es war beispiellos. Hat aber nur Theater im Kopf. Kein Verstand. Gebt Scherbe aus wie... Wie... Du weißt schon. Ohne meine... Buchhaltung wären seine Träume längst begraben. Noch tiefer. Wären wir nur wieder am Anrecht. Wir könnten so viele Shows machen, ohne... Beute aus diesem... Verfluchten Ort. Trotzdem bist du hier. Mitten in der Wüste. Stöberst für seinen Traum. Ein guter Traum. Aber manche... Träume müssen sterben. Dieser Traum von Morland... wird ihn ins Grab bringen. Aber was, wenn nicht? Was würde er mit der Beute von unten anstellen? Dann gäbe es die größte Show, die die Welt je gesehen hat. Mit... Ehrenplätzen, Premium-Bier, das volle Puckern. Morland macht sein... sein Licht. Lichtspektakel. Zeugs. Stemurs. Geschichten bringen. Augen zum Leuchten. Und... Ich verkaufe Einsatzkarten. Ja. Jedenfalls ein schöner Gedanke. Morland meinte, ihr seid Künstler. Was? Können Oseram nichts anderes sein als... Stöberer, Bastler oder Säufer? Okay. Ja, wir sind auch Stöberer, aber das ist nicht unser Haupterwerb, sondern wir reisen herum und machen Shows. Diese Shows? Was ist das? Was passiert da? Geschichten und Spektakel. Morland kennt sich mit Technik aus. Baut alle Arten von Erfindungen. Wirbel aus Lichtern und Tönen. Kanonen, die... die Feuer spucken. Funken, Regen und Stemur. Begeistert sie mit Abenteuergeschichten. In aller schönsten, was schlimmer. Ja, genau. Und du? Ich? Was glaubst du, wer in diesem Saftladen die Finanzen regelt? Diese beiden sorgen zwar für Spektakel, aber haben sie auch Ahnung von Scherben? Nein, eben nicht. Morland war also unten in der alten Stadt und... Wir waren alle drei. Dauernd. Du? Ich kann auch stöbern. Klar. Und was passierte dann? Na was schon. Das Wasser kam, wir flohen. Dann wollte Morland dieses blöde Ding. Wäre fast damit ertrunken. Zweimal. Wenn du mehr Details über seine Dummheit willst, frag ihn selbst. Ich bin jederzeit bereit, Geschäfte zu machen. Ja, nur vieles können wir uns nicht leisten, nämlich das hier aus Seram. Naja. Ich hole mir einfach noch nichts. Ich lass dich in Ruhe. Sei so nett. Und lass uns alle in Ruhe. Okay, mit ihm quatschen. Ja. Ja. Wie wär's, äh... Wie wär's mit einem kleinen Reim stattdessen? Eine Jungfer erhob sich... erhob sich aus dem Sand, mit dem die Hoffnung schwand. Nee, zu banal. Was hast du da mal mit all den... Worten? So bin ich halt. Der standhafte Erzähler blickte auf die Jungfer, erfüllt von Stolz auf sein Nebenswerk. Stemmer Walschmied stets zu Diensten. Warum bist du Morland bis hierher gefolgt? Der eifrige Morland hielt seinen Traum empor wie eine Kerze. Und die Spur des Lichts wies den Herzen der Menschen den Weg. Also, bewunderst du ihn? Bewunderung ist ein zartes Feuer. Ein Funkel, der stöberen, bastlern und gaunern gleichermaßen Wärme spendet. Okay, das ist meine Antwort. Sein Freund dort kann mich nicht besonders leiden, der Laute. Der Erbsenzähler hat die Persönlichkeit eines mosigen Steins. Doch oh, welches Geschick für Finanzen. Und ein lebenslanges Gedächtnis an die kleinsten Schulden. Er meint, dass er mir Scherben schuldet. 147, ganz genau. Doch so scharf sein monetärer Sinn auch war, vergaß er auch immer wieder, wie oft ein gewisser Wortschmied seine Haut gerettet hat. 147. 147. Was genau macht ein Wortschmied denn? Ja, ein Bastler in der Schmiede arbeitet er Worte aus, um alle zu bezaubern, die lauschen. Die Jungen, die Alten und oft genug die Betrunkenen. Die Oseram sind also auch Märchenerzähler? Man sagt, ein kaltes Getränk spült sich leicht herunter, wie mit einer Geschichte von früher. Aber man sollte immer aufbrechen, bevor das Fass leer ist. Warum? Warum denn? Oh, na ja, die Oseram werden recht aufgebracht, wenn die Getränke aus sind oder sie deine Geschichte nicht mögen. Also meinst du, als Wortschmied lebt man gefährlich? Und wie? Geht die Geschichte falsch aus? Bewerfen dich die Oseram? Etwa mit Obst? Eher mit Stühlen oder Granaten. Doch der Wortschmiede-Veteran schlug sich mit dem Hammer in der Hand tapfer durch und teilte ebenfalls aus. Was glaubst du, wie wir vom Anrecht her kamen? An den verdammten Maschinen vorbei. Nicht mit Worten. Ich muss mich um eine Unterwasserstadt kümmern. Und so zog die Jägerin von dannen. So, okay. Dann würde ich mal sagen, wir haben zwei Sachen jetzt gleich, die wir uns mal anschauen müssen. Und zwar, das ist natürlich jetzt hier in diesem Gebäude und dann weiter. Wie gibt es ich zum Maschinenherde? Ja. Aber ich werde jetzt erstmal hier natürlich in der oder in dem Fahrstuhl versuchen. suchen. geschafft. Hö, geschafft. Ich habe die Druckluftkapsel. Ich brauche nur alle Maschinenteile. So, okay. Kann ich schon mal ihm gegeben? Wie kann ich dir helfen, Partner? Ah, ne, okay. Ich muss aufbrechen. Gut, ich halte dich nicht auf. Abgedacht, ich kann dort tatsächlich was abgeben. Ja, okay. Dann suchen wir die Maschinenherde hier. Da laufen wir auch hin. Das sind nur 300 Schritte. Oh. Das ist die falsche Richtung. Warum wurde mir denn erst hier angezeigt? Also der Tracker, der ist manchmal wirklich ziemlich unberechenbar. ist das Überwachungsdrohne 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 das ganze Gebäudeareal Überwachungsdrohne 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 Das ganze Gebäudeareal I missed. Nog was? wenn wir es vorsicht einmal gespeichert hier sollte laut morland die herde sein sie müssen weitergezogen sein ich muss ihnen folgen ich sollte nach spuren suchen ja also hier ist auf jeden fall mal keine herde die spuren sollten mich zur herde führen in die andere richtung welche richtung jetzt genau okay hier hoch sind ja eigentlich in unsere richtung gezogen oder schon hier gemacht sind im kreis gelaufen ich krieche richtig ich bin echt im kreis gelaufen oder hat er etwas lila an ist das ist gut das heißt nämlich der die knochen oder haut haut war das in dem fall da ist die herde dort sollte ich die benötigten teile kriegen ok ich werde jetzt mal alle markieren die mir das leben schwer machen aber man kann nur eine spur machen ok so erledige die maschinen ja alles klar so wir haben steine guten morgen titkos der sturm bringt eine sandhose toll deutsch kurde eine hier lang geht sie werden weiterziehen ich muss nur nicht bleiben naja also wenn ich ruhig bleiben komme ich glaube ich an die ran doch nicht den der die 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 dass das Was? Was ist das? Hat der sich da ein Loch gegramm? So, einer hat wohl was gesehen da hinten. Verzeihung, jetzt kommt der auch wieder an. Will ein bisschen Stress machen. So, hallo, ich bin was singen, was singen, nao? Oh, komm her. Ich wusste es. Oh, hatten wir da ein Problem, aber... Oh, was machten wir? Zum Glück hat er mich nicht gesehen. Ich war direkt hinter der Düne und konnte sofort zuschlagen. Aber die haben auf jeden Fall auch lila Teile. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, folge den Spuren. Ah, da haben wir wieder was. Was ist das? Krötenechse. Ah, dann doch in die Richtung, oder? Jo. Jo. Oh, was ist das? Oh, wir reden. Oh, wir reden. Oh, wir reden. Oh, wir reden. sind das, die das größere Problem sind eigentlich? genau, dass du nämlich hier in den Brüllrücken hast ob ich denn irgendwas, wo ich mich verstecken kann da hinten hier habe ich so eine kleine Düne sind aber bei der die stehen ja echt gefangen aber warte mal oh Mist ist dir das jetzt? ja also der hat da was mitbekommen let's go, komm komm Känguru, komm ich hab noch keine Überbrückungslaten für diese Maschine bitte hier will ja auch kein Überbrücken, aber ich will dich da unten töten also bewegt deinen Hintern hier rauf ach man ey muss doch nicht der läuft auch im Kreis jetzt also ich muss mich da unten verstecken da links ist ja auch noch was oh shit ähm oah gut warte mal krieg ich dich vielleicht hier hin jetzt kriege ich den Brüllrücken da hin scheiß ah ähm 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 äh ähm oah was ist das? Ist das ein Tornado oder was? Perfekt. Also, alle Maschinenteile, also weggehen. Alter. Tornado. Oder, ja, Windhose heißt das. Aber es sieht schon cool aus, muss ich echt sagen. Muss ich jetzt irgendwie... Guck mal, komm ich durchs Gebäude. Oh, was ist dahinter? Normal kriegen wir den hier auf. Oh, ich muss... Achso, nee. Genau. Bedrückt halt war das ja, ne? Jetzt weg. Wasch, bumm. Oh! Junge, sitzt der einfach in seinem... Meine Fresse, ey. Das ist 5 von 8 und 70 Datenpunkt. Den haben wir jetzt auch nur durch Zufall entdeckt. Ja, durch das Gebäude, den... Da habe ich noch etwas... Möchte der umgehen. Dagegen, die zu kämpfen, ist immer so ein bisschen unappetitlich, ne? Macht oft das Leben echt... Zur Hölle. Aber gleich sind wir wieder bei unserem Morlund. Da bin ich mal gespannt, ob wir endlich unsere Tauchermaske bekommen. Weil, die möchte ich ja haben. Ohne Tauchermaske kommen wir ja an viele Orte nicht ran. So, natürlich speichern wir jetzt erstmal. Also, ich habe es, Junge. Wie kann ich dir helfen, Partner? Ich habe alles Nötige für den Bau der... Äh... Der unglaublichen Tauchermaske. Ich glaube, Tauchermaske sollte reichen. Streiten wir nicht. Die Werkbank gehört dir. Jetzt kann ich sie selbst herstellen. Und ich kann so... Machen wir erstmal Spezialausrüstung, natürlich, bevor ich das andere auftune. Ja, also Druckluftkapsel, Maschinen, äh... Nee, und synthetische Membran haben wir. So, cool. Wir haben eine Tauchermaske. Damit haben wir jetzt den Zugwerfer, den Anzünder und die Tauchermaske. Aber es fehlt noch ein weiteres Objekt. Ich weiß es aber natürlich nicht, was. Weil, wenn ich das nämlich hätte, dann steht uns, glaube ich, alles frei. Ich glaube, wir zocken so lange tatsächlich echt die Hauptstory. Bis wir das auch noch haben. So, Waffen-Upgrades. Für unseren schönen Bogen. Mal gucken, wie viel wir das aufzunehmen können. Da ist ja nur ein, weil hier ein Beutelgewebe fehlt. So, nee, den haben wir ja. Hier haben wir aber den... Äh... Bolzenschießer. Auch da fehlt jetzt was. Den Rollrücken-Hammer-Schweif und den Schildwerfer. Können wir echt nicht viel auftunen. Outfits! So. Schönes Outfit. Ja, dickes Outfit. Können wir nicht auftunen, schade. Das haben wir nämlich schon voll... Ja, auf Maximum erhöht. Und hier fehlt wieder was. Den zweiten und den dritten können wir tatsächlich auch machen. So, drei Outfits verbessert. Super Trophäe. So, Fallensteller. Können wir einmal hier eine hermachen. Und hiervon können wir sogar... Zwei erhöhen. Zwei erhöhen. Outfit upgrades. Da haben wir den Köcher, ne? So. Perfekt. Ah, ne. Einen haben wir noch. Guck mal, wir können ja weitergehen hier. Das ist der Präzessionspfeilköcher. Ja, ja. Gabelbein brauchen wir hierfür. Ja, damit sind wir erstmal wieder komplett aufgetrunken. Ein Wunderwerk. Wenn sie funktioniert, darf ich auch? Ich will nach unten und diese Glamour holen. Falls ich nicht ertrinke. Und was genau suchst du eigentlich da unten? Ist schwer zu erklären. Etwas, das einen Fehler im Kontrollapparat der alten Stadt verursacht hat. Was zur Überflutung führte. Ich dachte, wir waren der Grund. Hätten eine Falle ausgelöst. Ich weiß nicht, wie wir entdeckt wurden. Wie gesagt, die tanzenden Lichter veränderten sich zu Meeresleben. Dann kam ein roter Blitz. Das Donnern einströmenden Wassers. Moment. Ein roter Blitz? Ein rotes Licht? Aus der Nähe des Gitters am Boden, wo das Wasser durchschoss. Wie ein Signalfeuer. Oder eine Warnung. Danke. Das könnte helfen. Das hoffe ich. Viel Glück da unten. Okay. Mal sehen, ob das Ding funktioniert. So. Finde Poseidon. So. Ein Gräber. Haben wir wieder aktualisiert. Löschkern ist der Gräber. Wir müssen die. Wir müssen die vollends kennen. Damit wir dann. Ach. Ne. Das sind die Klassifizierung. Das sind die. Ey, das sind die Klassifizierung. Es gibt so viele Gräber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Unterschiedliche Gräber. Ich bin bescheuert. Manüla, 4. Ich bin dran. Nur 2. Brüllrücken gibt es auch 4. Boah. Meine Güte, ey. Kann ich jetzt tauchen, solange ich will? Tatsächlich. Ich kann hier unten tatsächlich atmen. Willa war. Ich bin da unten. Ey, Leute. Dreh dich. Mach schon, du da. Tief bin ich noch nie zuvor getaucht. So, also, wir können auf jeden Fall jetzt so lange tauchen, wie wir wollen. Das ist cool. Ey, das sieht ja geil aus. So, Datenpad 17 von 39. Was ist jetzt aber zum Abhören? Genau hier fing es an, vor über 30 Jahren, als dieses Casino noch das Tempo genannt wurde. Eine große Wette wendete mein Schicksal. Aber jetzt hat das Schicksal seine grausamste Seite gezeigt. Ich muss die Lichter ausschalten. Ein letztes Mal. Und die Wasser meiner Wahlheimat werden versiegen. Tja, ein Traum muss sterben. Wenigstens kann ich mich noch verabschieden. Stanley Chen. Was hat er hier gemacht? So, das heißt natürlich, dass wir uns wirklich... Zeit lassen können, sogar unter Wasser alles leer zu suchen. Können die Truhen alle aufmachen. Unsere Datenpads suchen, die immer sehr wichtig sind für die... Lösungen natürlich, um möglichst viel zu finden. Aber das sieht geil aus. Das ist alleine von den Lichtreflexen. Mega. Wow. Wow. Ähm, warte mal. Das sieht aus wie so ein... Art Saurier. So ein Plesiosaurier. Der muss sich ja jetzt natürlich irgendwie vorbei. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Also werden... Werden wir da irgendwie vorbei... Müssen. Vielleicht sogar hier. Erstmal... Vielleicht wählen wir den echt sicheren Weg. Und alles ist unter einer Kuppel. Das muss das rote Licht sein, das Morland sah, als das Wasser kam. Das ist auch Nummer eins. Ostmunition bringt hier nicht viel Schaden. Das ist ein Schnappenmaul. Also das ist ein Schnappenmaul und das ist... Keine Ahnung. Das könnten ja auch mal Maschinen vielleicht sehr nett sein, oder? Auch wenn ich das nicht glaube. Ist ja eine Strömung. Warum kommt da wieder eine Strömung raus? Komme ich hier gar nicht mehr weg? Okay. Da muss ich vielleicht jetzt doch nicht rein. Also ist das hier unser richtiger Weg. Das heißt leider Richtung Schnappmaul. Und so fächerweise natürlich. Die sind jetzt... Nicht... Ah, guck mal. Da haben wir eine Konsole. Okay. Dann gehen wir erstmal den Viechern aus dem Weg. Warum? Kritische Überfluchtung erkannt. Automatische Ablaufsteuerung offline. Um ein Notfallablassen auszuführen, müssen die Primär- und Seko-Wertpumpen manuell zurückgesetzt werden. Das Ablassen kann in der Pumpenwartungsstation ausgelöst werden. Wenn ich das ganze Wasser ablasse, kann ich diese große Maschine auf trockenem Boden bekämpfen. Anscheinend muss ich zuerst ein paar Pumpenknoten zurücksetzen. Der Akad danach sollte südlich von hier ein Zugriffspunkt für den ersten Knoten sein. Also südlich von hier... Ah, okay. Also doch Richtung Schnappmaul. Vielleicht können wir ja durch clevere Wege durch Verstecken hinter den Mauern nicht einfach umgehen, oder? Markieren wir mal rein. Genau da schwimmt der Herr. Mehr Maschinen hier unten. Ich muss in Deckung um sie herumschwimmen. Da ist der Zugriffspunkt. Sollte mich zum Pumpenknoten führen. Okay. Let's go. Da ist der Schnappmaul ist weg. Okay, mit Tantang kann man sich hier unter Wasser verstecken. Das ist natürlich auch cool. Das muss ich mal schauen. Haben wir hier irgendwie was? Schon? Nein. Da ist rein gar nichts. Aber hier, da oben haben wir... ...welche Punkte, wo wir was machen könnten. Ich komme von hier nicht in den Vorsprung. Vielleicht kann ich irgendwie rausklettern. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Haben wir eine Treppe hier? Treppe oder Leiter? Warte mal. Warte mal eben. Hä? Okay. Okay, man muss mal gucken. Ah, da haben wir leider, da kommen wir. Puh! Perfekt. So, plus Datenpad, oder? Können wir sogar abspielen. Wie, jagte Seifenblasen, so groß wie Basketbälle, Erwachsene und Kinder. Ein magischer Moment in dieser unmöglichen Stadt. So, da ist der Glanz, von dem die gesprochen haben. So, da haben wir gleich das Ding zum aktivieren und wir können das Teil jetzt natürlich hier wieder entzünden. Und weg da. So, also einen hätten wir jetzt. So, ein Knoten weniger. Ich schwimme besser hoch und finde den Zugriffspunkt für den zweiten Knoten. Oh. Äh, ich würde mal sagen, hier muss ich jetzt nicht rein. Sondern hier, da wo das Wasser ist. So, zweiter Knoten müssen wir finden. Warte mal. Wo geht's jetzt rauf? Hier muss doch ein Loch sein. Hey, wir müssen noch... Da durch den Tunnel bin ich gekommen, oder? Genau, hier. Jetzt rauf. Wo geht's nicht rauf? Zum Glück können wir halt jetzt so lange wie möglich die Luft anhören. Ah, da. Ich war ja genau, danach habe ich ja gesucht. Weißel dort. Der Karte nach, sollte der Knoten auf der anderen Seite der Kuppel sein. Äh. Maul. So, dieser Tang, der ist, der ist jetzt immer im Auto gefangen. Da müssen wir eben schnell scannen. Das Notizbuch schauen wir uns später an. Müssen wir... reinhauen, dass wir da unten reinkommen. Noch ein Zugriffspunkt. Lass du mich zum zweiten Knoten bringen. So ein Gräber. Tschüss. Ich glaube, der Gräber kann uns hier drin nicht verfolgen. Doch, hier haben wir jetzt erstmal auf den ersten Blick keine Leiter. Aber eine Memo wieder. Schalt einfach den zweiten Knoten ab. Kein Wasser mehr für die Brunnen. Keine Shows mehr. Es hat sie ohnehin niemand gewürdigt. Ich werde nie die große Neueröffnung der Stadt vergessen. Die Brunnen waren seit Jahren trocken. Niemand hat erwartet, dass sie wieder laufen. Als die erste Fontäne in der Kuppel zu sehen war, und dazu die Musik, feierte mein Herz mit. Diese Stadt hat mir mal meine zweite Chance gegeben. Jetzt hatte sie auch eine. Die Kuppeln, das Wasser. Er war für alles verantwortlich. So, da sind wir durchgekommen, glaube ich. Und da haben wir eine Leiter. So, den hier hatten wir ja gerade gescannt. Also da haben wir eine Leiter. Und da hinten mischen wir rüber. So, da kommen wir da hin. Jo. Oh, und den können wir jetzt sogar anzünden von hier. Das wäre ja den Rückweg etwas leichter, ne? Okay, das Notfall ablasten. Also müssen wir nochmal nochmal uns irgendwie da oben durchgleichen. Aber die Maschinen scannen kriegen wir von hier nicht. Ey, komm, geh da durch. So. Der Kartenach, sollte die Wartungsstation am südlichsten Ende der Kuppel sein. Oh. Ah. Also echt vorsichtig. So wie bei der Konsole vorhin. Könnte die Wartungsstation sein. Aber wie komme ich rein? Let's scan. So, verschwinde. Nämlich hier nicht mit euch anlegen. So, da haben wir noch was wieder am Protokoll. Muss ich natürlich echt gucken, wo ich lang muss. Da. Da ist schon eine Bunkertür. Den hatten wir, glaube ich, oder? Ja. Ah, warte mal. Okay, das zählt sogar zu einer Nebenquest dann. Also, wir haben da quasi die Bunkertür. Was ich hier auch mache. Hoffentlich bleibt er auch da, wo er ist. Okay. Da schwimmen wir gleich lang, wenn der noch einmal rum ist. Denn dann haben wir nämlich Zeit, da entspannt vorbeizuhen. Wenn man... Können wir nochmal einen Fokus sehen, genau. Wir können uns ja jetzt hier nicht wehren. Das ist ja das... Der große Nachteil, ne? So, jetzt aber. Schön grün Glanz. So, wenn das Gebäude noch nicht unter Wasser gesetzt war, dann haben wir es jetzt gemacht, weil wir die Tür geöffnet haben. Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. Ich muss eine Konsole für das Notfallablassen finden. Also, ich sag mal sowas, das hat irgendwie was von Dino Crisis 2. Muss ich echt sagen. Wo man in dieser Taucher-Session ist. Nur, dass wir da die Saurier-Liederballern konnten. Und hier, äh... Müssen wir drum rumschleichen. Auch bei, im Grunde, ja, Maschinen-Sauriern. Aber ich find's cool. Ich hab echt ne schöne, lange Taucher-Session. Schau, irgendwie genau mein Stil gerade. Ich mag das hier unten. Glaub, ich gehe gar nicht mehr weg heute. Vor allem so schön gechillt. Ohne große Kämpfe. Man muss nicht immer kämpfen und alle niederballern und zeigen, wer der beste Killer ist. Na, wer ist denn der Beste im Schleichen? Wäre auch mal sehr nett. So, da wird ein Sprachprotokoll. Systemabschaltung fast erledigt. Jetzt muss ich in der Schaltstelle nur noch alles abschalten. Das war's dann wohl. Ein letzter Gang über den Strip. Und dann gehen die Lichter aus. Zumindest seh ich nicht, wie es zerstört wird. Die Odyssee ist sicher schon auf dem Weg zum Sirius, wenn der Schwarm hier ist. Doch wird meine letzte Erinnerung an diesen Ort leer sein. Eine Stadt, die bereits tot war. Stanley Chen war einer von ihnen. Ein Sine. So, hier ist eine Leiter. Da blinkt was. So, gehen die jetzt? Scheint so. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich denke mal, die Maschinen, die werden jetzt auch den gleichen Weg gehen wie vorher auch, oder? Ich könnte darauf schießen. Sporen sind ähnlich, aber sie geben mir Deckung. Ich nehme jetzt eigentlich auch in die Gebäude rein? Das ist natürlich cool, aber es sind auch, glaube ich, nur Dekohäuser hier. Wenn die da nämlich noch was versteckt hätten, wäre das auch richtig geil. Warte mal, irgendwo eine Maschine gehört? Oh, Moment, wir gehen mal hier hoch. Das sind auch hier noch diese Gräber dabei. Dann haben wir natürlich genau den da unten. Wir machen uns das Leben schon ab und zu schwer. Aber das Schnappmaul scheint nicht mehr da. Aber das Schnappmaul scheint nicht mehr da zu sein, was vorher hier war. Ah, da. Da ist Schnappmaul. Oh, verdammt. Kommt hier lang. Das heißt, wir müssen ein bisschen zurück, sonst entdeckt es uns. Ich habe mich tatsächlich entdeckt, oder? Weil ich mich echt bewegt habe. Ne, warte mal. Ja, hier, oder? Ja, da. Das ist jetzt kacke gelaufen. Und da. Ja, hier, oder? Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Versucht's doch mal. Yes. Ich glaube schon, weil es Sand ist. Geschafft bis hier. Aber wo ist die Maschine? Welch ein Wunder. Komm schon, komm schon. Hey, warst du das? Hast du das Wasser gesehen? Ja, aber es gibt ein neues Problem. Das Ding ist uns im Weg. Ja, es wird schwierig, hierhin so an die Glimmer zu kommen. Als die rauflustigen Abenteurer die Bestie sahen, wussten sie, was zu tun war. Was? Bist du verrückt? Sei still. Sie hat uns gerettet. Also gut. Bleibt hier und feuert, wenn ich angreife. Auf Position. Auf zu dem Überhafen. Das muss ich natürlich erstmal scannen. Was hat das Ding für Schwachstellen? Ich markiere mal alles, was ich markieren kann. So, alles markiert, was markiert ist. So, und jetzt gucken wir uns die einzelnen Teile mal an. Was haben wir denn da auf dem Rücken? Was ist der hier abnehmbar entfernen? Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Ah, da sind meine Leute. Wo ist die so? Kann ich mit jedem sprechen? Oder? Ne. Okay, mit allen Gesamt. Hä? Aber wo? Wo steht denn das? Hallo? Ich will mit euch sprechen. Aber geht nicht. Wann, wann, wann. Hallo? Ja. Warum geht das nicht? Okay, nochmal. Hallo. Mit wem kann ich jetzt quatschen? Wieso geht's nicht? Alles vorbei, oder? Na los, meine Herren. Etwas Bewegung. Aha, okay. Oh, danke, danke fürs runterdrehen. Das ist schon mal nie nett. Ich bin da einfach mal auf mich drauf. So, jetzt, oder? Ja. Geht es euch gut? Mehr als nur gut, dass du wir haben's geschafft. All die Glimmer, die wir uns nur wünschen konnten und das alles dank dir. Wirklich rührend. Aber wir können uns einfach also schnappen, wofür wir hier sind und abhauen, bevor noch mehr von den Dingern auftauchen. Hey, hey, Scherbenzähler. Man wird sich wohl noch freuen dürfen. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu erledigen, nicht wahr? Oh, stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Ab hier komme ich alleine klar. In Ogg. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Hof, wenn du uns brauchst. Danke. Okay, jetzt möchten wir Poseidon finden. Aber ich muss echt sagen, die Viecher sind richtig genial gemacht. So, diesen Glanz sucht der einer nämlich, glaube ich. So, wenn ich mal immer so vieles kenne, heißt natürlich, ich möchte jedes Objekt im Grunde finden in diesem Spiel, was überaus schwer ist. Deswegen muss ich mir auch mal die Zeit nehmen, da gründlichst jeden Raum fast mal zu scannen und zu durchsuchen. Gleich auf jeden Fall die Konsole. Da haben wir ein Sprachprotokoll. Ich kann es nicht. Ich kann diesen Ort nicht aufgeben. Ich lasse alles auf Stand-by. Das System kann Jahrzehnte laufen, vielleicht sogar Jahrhunderte. Es ist mehr als unwahrscheinlich. Doch vielleicht wird eines Tages jemand diesen Ort wiederfinden und sein Licht und seine Wunder bestaunen. Seinen Reichtum und grenzenlose Möglichkeiten entdecken. Ihn zu seinem eigenen Traum machen. Letztendlich wenn diese Stadt mir eine zweite Chance geben, wenn Wasser in einer Wüste fließen kann, ist alles möglich. Er hat recht. So, Datenpunkt. Hier noch irgendwas? Ne. Ich will dich nach Hause bringen, Poseidon. Zu Gaia. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Genau. Jetzt müssen wir ihn wieder einsetzen. Vielleicht können wir dann auch natürlich wieder mit absoluter Schnellreise gleich dahin. Gucken wir natürlich hier nochmal, was wir da rein gesammelt haben. Fertigkeiten können wir auch auf Tune später. hier das hier natürlich um mal die Ausrufezeichen wieder weg zu bekommen. System Neustart eingeleitet. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem neu gestartet. Morland und seine Crew sind mit allen Hühnen, die sie tragen können, wettig. wir sind nicht wieder von draußen. Let's go. Was schaden die gerade, die Aloy, dass sie da nicht ordentlich klettert? Was haben wir denn da? Sieht aus wie Amor. Amor mit dem Eis auf Fisch. Mein letzter prüfender Blick über die Gegend besagt, kein weiterer Datenpunkt. Hier sind wir auch am Anfang durchgeschwommen, ne? Eine Rolltreppe. hier ist dicht. Müssen wir B bevorzugen. hier sind Kletterhaken. Hier sind Kletterhaken. Hey, halt dich fest. Da, da, da. Danke. Da kommen wir auf die höhere Etage, wo wir rausgelangen. Ja, schlüpfe jetzt. Okay. Geht da nicht, da muss ich hier. So, ich muss weiter nach oben. Ja, spring drauf. So, da haben wir eine Leiter. Ja, warte mal. Ich glaube, also, hier bringt es uns glaube ich nicht weiter. So, sondern hier die Leiter, ja. Ja, guck mal. Da haben wir unseren Ausgang. Ja, schon, glaube ich. Dann glaube ich auch, aber wie gesagt, gehen wir da mal immer mit auch zur Untersuchung. So, wir kommen jetzt hier raus auch. Da ist kein Schacht mehr. Ja. Ein Aufzug. Morland muss ihn vor der Überflutung gebaut haben. Geht vielleicht doch. Wäre schön, nicht klettern zu müssen. So, da kommen wir raus. Aber wozu ist zum Beispiel die Leiter da, falls wir wirklich ohne Aufzug, oder falls wir wirklich da runterfallen und ohne Aufzug hoch müssen? Das wär's ja. So. Ja, was ist da draußen los? Ah, die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern, zu Tränen gerührt. Ah, als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspieler, da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Wenn Morland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber ich sollte mich zuerst in diesen Ruinen umsehen, bevor ich zurückkehre. Mit meiner neuen Tauchermaske kann ich so tief runter, wie ich will. Wie zu den tiefen Wasserstellen, die ich entdeckt habe. Ja, jetzt hat er natürlich gesagt, ich sollte mich hier erst umschauen. Ja. Ich denke, nein. Ich denke, das kann ich später nochmal machen. Es ist ja nichts aus der Welt, denke ich mal. Deswegen kehren wir zurück zur Basis. Falls natürlich einer Bescheid weiß und man kommt da nicht mehr zurück, dann bitte jetzt Bescheid sagen. Aber das ist nicht so. Ich glaube zu 100 Prozent, dass du da immer wieder zurück kannst. Weichert haben wir gerade wieder. Geht's mal rein in die übliche Kletterstation zur Base hoch. Was cool ist, ist natürlich, wir können jetzt überall dahin gehen, wo wir tauchen müssen. Wir haben sogar eine Nebenquest hier, oder? Auch hier Ausrufezeichen über den Leuten? Nö. Die haben wir nicht. Okay. Dann geht's wohl direkt zu Gaia. Willkommen zurück, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Poseidon. Wie ich sehe, kannst du mal runterkommen? Beta hat etwas, das du hören musst. Okay. Ich komme. Es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Ja, cool. Also, das war jetzt mal die Hauptquest. Äh, genau. Wurde. Ja, das ist mehr aus Sand. Aber das gab ordentliche EPs jetzt. Ja. Wie machen wir weiter? Ich glaube, dass ich mich noch einen Moment umschauen werde. So, wir haben nämlich noch die nächste Hauptquest eingeloggt. Samen der Vergangenheit. Aber da muss ich erst mit Val und Beta sprechen. Das heißt, wir machen erstmal ganz normal weiter. Aber vorerst können wir Gaia nochmal ein bisschen ausfragen. Hey, Gaia. Ich wieder. Willkommen zurück, Aloy. Wo machen wir weiter? Es sind gerade einige Leute hier und... Sie lernen. Alles über dich. Die alte Welt. Fast wie das, was passieren sollte, bevor Apollo gelöscht wurde. Sollte ich mir um irgendwas Sorgen machen? Ich denke nicht. Ich habe beschlossen, nicht einzuschreiten. Damit er alles ganz allein verarbeiten kann. Als ich unten in Vegas war, fand ich Daten über den Mann, der die Kuppel über der Stadt erbaut hat. Stanley Chen. Er war wohl ein Mitglied von Far Zenith. Aber wenn er Vegas so geliebt hat, wieso gab er es auf? Wieso hat er es nicht gerettet? Die Zeniths haben sich als außerordentliche Überlebenskünstler bewiesen. Angesichts ihrer fast sicheren Auslöschung entschlossen sie sich zur Flucht. Und doch. Was er erreicht hat. Wasser. In der Wüste. Eine ganze Stadt wieder zum Leben erweckt. Tausend Jahre später war der Ort immer noch in Bereitschaft und wartete, dass jemand vorbeikäme, um ihn aufzuwecken. Konntest du Poseidon einsetzen? Ja. Viele Flüsse, Ströme und Seen im regionalen Einzugsgebiet konnten entgiftet werden. Dadurch haben die Wachstumsraten der Rotalgen deutlich abgenommen. Meinen Daten zufolge scheint es jedoch in Küstennähe weiterhin ein sehr starkes Vorkommen von Rotalgen zu geben. Vielleicht sehe ich mir das einmal an. Also hat sich Poseidon die letzten 20 Jahre in Las Vegas versteckt. Den Daten zufolge verfügt die Stadt wohl über ein modernes Wasserrückgewinnungssystem. Ist er deshalb dahin gegangen? Wahrscheinlich. Um sich selbst zu schützen, suchte Poseidon einen sicheren Hafen mit Zugriff auf Wasserversorgungsfunktionen. Dort, umhüllt von einer schützenden Kuppel, konnte er sich gegen alle Bedrohungen verteidigen. Wie drei Osseram-Schausteller. Ich schätze, das war nicht das erste Mal, dass er Eindringlinge abwehren musste. Ich sollte dann wohl mal los. Wie du willst. Alles Gute, Aloy. Ja, okay, damit haben wir jetzt wirklich diese eine Hauptquest abgeschlossen.